Das letzte mal bei Dust. Boy, this is a matter of honor! Hit Revenge! And hitting things with sticks! Und go! Äh, endlich war wieder das Witz. Wurr, enter my domain and question me. Yes, the waters have stopped flowing. I was the one to stop them. Be careful, Dust. I do not believe she's used to being spoken to so casually. I meant no disrespect, uh... I am Lady Tethys, and you will refer to me as such, with the courtesy reserve for all powerful beings of the realm. Okay, Dust. Maybe you should dial it back a bit. She's getting pretty ticked off. Lady Tethys, the mudpots need your help. One of them is already close to death, but your healing waters could save his life. You, a surface dweller, would dare to question my actions? Who do you think you are, ordering me to release the waters of life? I would question the motives of any creature, dainty or not, that would let their subjects perish without reason. I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land's surface dweller. I see this water satisfying first of a creature much like yourself. A killer with a broken soul. A creature like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling innocent blood and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water, so I could stop the violence. Huh. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is the sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. I sense a terrible danger dust. Prepare yourself. Oh, boss battle time. I have seen where your path ends, Lady Tethys. And I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Geys' campaign. So be it, Surface Dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your recursive soul ripped from your body and purged in these holy waters! Come, please, they make me place. Damn. Damn. I can't protect her from my attacks. I can't protect her from my attacks. I can't protect her from my attacks. Hmm. 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 Was hast du gemacht? Jetzt kommt ein bisschen in dich, ich hoffe. Ich kann es fühlen, dass die Schmerzen aus der Säule ist. Wir haben es geschafft. Sie ist jetzt weg. Bist du okay, Frau Tethys? Was ist das die Schmerzen, die Aras spricht? Ich habe gesehen, was ihr General macht. Ich konnte es fühlen, dass die Säule, die all die Innocenten, die er töten, schreien für Hilfe. Und ich... Ich versuchte diese Schmerzen. Diese Schmerzen für Justiz. No matter die Kosten. Justiz muss sich mit Geräten, Lady Tethys. Otherwise, es ist nichts mehr als Revenge. Ich muss entschuldigen, Dust. Ich sehe jetzt, dass du einen von den Blades von Elysium verletzt hast. Hab ich vorher gesehen, ich hätte dich mit mehr Respekt verletzt. Blades von Elysium? Ich werde später erklären. Wir haben andere, mehr Pressing-Mattern vorhanden. Ich weiß, du fühlst, dass du das richtig gemacht hast, indem du die Wasser zurückkommst. Aber Mudpot braucht sie jetzt mehr als immer. Oh, die Wasser, ja! Ich hoffe nur, dass es nicht zu late ist. Ich weiß, dass du das nicht mehr als Geist verletzt hast. Ich weiß, dass du das nicht mehr als Geist verletzt hast. Ich weiß, dass es ein wenig zu stoppen, General Gaius und seine Angelegenheit auf der Surface. Jetzt kann ich seine Arme fühlen. Sie haben nach links, nach den Mountains. Dann haben wir in der Runde geholfen. Ginger war auch auf der Weg da. Bevor du gehen kannst, vielleicht kann ich mich verletzen, um meine Madness zu retten. Auf der Basis der Norden Mountains gibt es ein großartiges Estate. Der Barall von diesen Lands ist ein Mann named Cain. Er kennt deinen General, und wenn du ihm helfen kannst, er wird dich bereit sein, in deine Reise zu Ende Gaius' Kampagne Und wie kennst du das alles? Denn ich bin auf der Lebensbedarf, mein Lieber Ich kann all die Lebensbedarf durch die Wasser, die ich zur Service sende Jetzt, mehr als immer, kann ich das Gefühl, dass alle Service dweller fühlen Weil von deinem General's hatred Er ist nicht mein General Vielleicht nicht jetzt, aber ich kann sehen, dass du sehr nahe zu diesem General Gaius Kannst du in meine Vergangenheit sehen? Deine Säule ist fragmiert, wie ein Schattelmüller Ich kann nur sehen reflektions in den Bremsen Schatten Und was ich sehe, macht wenig Sinn, sogar für mich Hmm Es gibt Kraftstoffe in den Bremsen Schatten Wie eine lebendige Schattelmüller könnte so ein Schattelmüller ist außerhalb meiner Verständigung Aber das ist jetzt nicht wichtig Sie ist richtig, Dose Wenn wir zu diesem Bremsen Gaius müssen wir gehen Entschuldigung, Frau Tethys Aber wir müssen in Haste Es gibt ein Villager in Mudpot, der ist sehr nahe zu sterben Ich kann es jetzt fühlen Aber jetzt ist diese Lebensversorgung sehr weig Wie kann ich das passieren? Was... Was habe ich gemacht? Wir haben keine Zeit, ist es ein Schattelmüller zurück zu Mudpot? Ja, natürlich Ja, genau Entschuldigung, gerade hier Ich bin gleich hier Doch ich habe Angst, dass Sie bereits zu kalt sind Wir sind da in Zeit Wir sind da in Zeit Aber du wirst sehen Ich hoffe so, Fidget Glückwunsch, Frau Tethys Glückwunsch, Frau Tethys Glückwunsch, Dost Glückwunsch, Dost Und Glückwunsch Darf ich jetzt mal was einwerfen Moment, was ist das? Fidget hat einen neuen Geschosstyp erhalten Drücke F, um zwischen Fidget und Geschosstypen zu wählen Warte Mit diesem Geschosstyp kann ich aber nicht Den kann ich nicht aufladen Den glaube ich deswegen nicht Warte, wo komme ich denn hier hoch? Ah Achso Ich glaube, das war Ja, das war dumm Aber darf ich mal so eine Frage reinwerfen Warum muss ich mich bei allen ins Dorf zurückkommen? Ich meine, der Typ braucht Wasser Und dafür ist die zuständig Was soll ich denn jetzt machen? Oh Komm her, Frucht Joda Thuj Hej, Kschau Design F supplying Für die Frau Tethys Es wäre so aus Was helfen wenn wir nach der Worte Aber jetzt finden wir Bopo Frau Tethys Vierter Wir kommen zu kurz Wir werden da in Zeit Wir haben dazu Wir haben alles Bis zum Es gibt viel Über die Welt Fidget Manchmal sogar dein Bestes ist nicht genug, um zu verabschieden. Komm, lass uns in die Stadt machen. Dust, schau! Die Wasser läuft! Du hast es geschafft! Wir zurückkommen so schnell wie wir können. Wo ist deine Mutter? Sie ist mit Pa. Once die Wasser beginnt zu fliegen, sie hat es direkt in für ihn gebracht. Oh, hier kommt sie jetzt! Mama, sie sind hier! Ich sagte sie, sie würden die Wasser laufen wieder. Popo, darling, bitte kommen Sie in. Mama? Was ist es, Mama? Ich habe die Wasser laufen. Er hat sich nur noch lange, wie er konnte. Aber es ist nicht genug. Papa? Papa, nein! Du kannst nicht gehen! Du hast es gerade die Wasser laufen, und du hast es! Ich bin sorry, sweetheart. Ich bin wirklich. Er war so ein Kampf. Es war... Es war nur seine Zeit. Und wenn es kommt, da ist nichts, du kannst. Aber wir haben die Wasser laufen. Aber wir haben die Wasser laufen. Wir... Wir faileden, Finchett. Wir waren fast genug. Wir waren fast genug. Dammit! Wir waren fast genug! Dusk, du stopt das Moment! Das Moment! Du hast was du gemacht. Du hast was du gemacht. Du hast mehr als jemanden. Und für das, du verdienst. Und für das, du verdienstst. Du verdienstst. Du könntest den Wasser laufen laufen. Du könntest den Wasser laufen laufen. Aber ich glaube, das Schmerz war einfach zu schwer auf ihn. Papa! Du hörst nicht? Ich habe das Wasser laufen. Papa! 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 Er war fated zu passen, und es ist nichts wir haben können, um es zu stoppen. Das tut mir nicht, Aura. Du wirst? Du wirst es zu late sein? Wenn ich dir schon gesagt habe, würde ich trotzdem versuchen, ihn zu retten zu retten? Der Village braucht seine Wasser-Supply. Ich würde die Lady auch gehen. Und es geht nicht, was ich wissen. Und es ist deshalb noch nicht für dich, Dost. Was das bedeutet? Why is it that every time I make a decision you treat it like some kind of test? What haven't you told me, Ara? This is not the time nor the place. And just what is the perfect time and place? How many more have to die before you tell me who I am? Who am I, Ara? What am I even doing here? Stop yelling! Just please, please stop. I can't take this right now. We did the best we could, Dust. We did the best we could. I'm sorry, Fidget. I didn't mean to... And stop worrying about who you are! You're Dust! You hear me? I don't care who you were! I don't even care if you used to work for that general guy! Because you're Dust now! Wise words, Fidget. Dust, your past is fractured, and your future is not yet written. But you have traveled through this world as a beacon of good. And that is all that matters. You're both right. I'm worrying so much about who I was that I've been blind to the good I've done as Dust. Anyway, it's late. We should find a place to sleep. A wise choice. A night's rest will clear your head. And with these final words, we commit Po-Pop's essence to the life thread. Where he joins all who have come and gone. Who were, and who have been. We'll be seeing you, old friend. Goodbye, my love. Goodbye, Pa. I'll miss you. Bopo. Thank you, Dust. Without you, we wouldn't have any water. You saved Mud Pot. I only wish I could have done more. Nah, you did plenty. You showed me what it means to be strong. Even when the world's against you. Pa's gone now, so I gotta be strong for Mama. Strong like you. You're a good kid, Bopo. I think your father would be proud. I think so, too. I also think he's happy I found a friend like you. Thank you, Dust. I'm sorry, Bopo, but I have to go now. I have to get back to the surface. To make sure this doesn't happen ever again. You'll come back, though, right? You gotta make sure you come back. I... I can't. I promise. Puh. Das war... Ziemlich viel für eine Episode. Okay. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. By Dust.